Was ist die Verbindung zwischen Geschwüren und Krebs? Magengeschwüre sind runde Wunden im Magen, die auftreten, nachdem die Magensäure einen Teil der Magenschleimhaut aufgenommen hat. Magenkrebs, auch Magenkrebs genannt, ist eine Krankheit, die sich in verschiedenen Teilen des Magens einer Person manifestieren kann. Sowohl Geschwüre als auch Krebs sind mit einer Art von Bakterien verbunden, die Helicobacter Apulori oder kurz Apulori genannt wird. Apulori ist eine einzigartige Art von Bakterien. Normalerweise verhindert die saure Umgebung des Magens das Wachstum von Bakterien. Im Falle von Apulori erzeugt das Bakterium jedoch Ammoniak im Magen, wodurch die Magensäure neutralisiert und Bakterien überleben können. Weiße Blutkörperchen, die versuchen, die Infektion anzugreifen, werden leicht abgedötet und setzen Nährstoffe frei, die das Gedeihen von Apulori ermöglichen. Eine unbehandelte Apulori-Infektion kann zu einem Magengeschwür führen. Es gibt zwei Arten dieser Magengeschwüre, Drodendale und Magengeschwüre. Drodendalgeschwüre treten am Anfang des Dünndarms auf und sind häufiger als Magengeschwüre, die im gekrümmten oberen Bereich des Magens auftreten. Einige Symptome von Magengeschwüren sind Sodbrennen, ein Nagen oder ein leeres Gefühl im Magen, Hunger und leichte Schmerzen unter dem Brustbein. Schmerzen können durch Essen, Trinken von Milch oder Einnahme von Antazida gelindert werden. Geschwüre heilen in der Regel im Laufe der Zeit. Wiederkehrende Magengeschwüre können zu schweren Komplikationen führen. Zum Beispiel können Magengeschwüre dazu führen, dass das Gewebe im Dünndarm anschwillt. Dies verhindert, dass Nahrung den Magen verlässt, was zu Übelkeit, Blähungen und Erbrechen führen kann. Einige Magengeschwüre können platzen oder bluten. Magenkrebs kann in allen Bereichen des Magens auftreten, obwohl er normalerweise in der inneren Schicht des Magens beginnt. Die Symptome sind in den frühen Stadien der Krankheit oft mild oder nicht vorhanden. Wenn der Krebs wächst, führt dies typischerweise zu Symptomen wie Magenschmerzen, Schluckbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsverlust, Blähungen und blutigem Erbrechen oder Stuhlgang. Das Vorhandensein von Herpylori ist eng mit Magengeschwüren und Krebs verbunden. Nicht jeder, der mit Herpylori infiziert ist, entwickelt ein Geschwür oder Krebs, aber das Risiko ist höher als bei nicht-infizierten Gleichaltrigen. Andere Risikofaktoren für Geschwüre und Krebs sind Rauchen, Übergewicht, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel und eine Familiengeschichte von Geschwüren und Krebs. Geschwüre können mit Antibiotika behandelt werden. Andere Medikamente können verschrieben werden, um die Magensäure zu reduzieren oder zu neutralisieren. Antazider können vorübergehend die Symptome lindern, aber Geschwüre nicht heilen. Magenkrebs wird typischerweise mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt.